So, auf geht's. Und jetzt warte mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, schöner Pass, auf jeden Fall. Kriegst du den noch? Ja, kriegst du. Ja, schöner Pass. Ja, schöner Pass. Ja, schöner Pass. So, bis jetzt kam ja gar nichts von uns. Was macht die Statistik hier? Ja, schöner Pass. Ja, gut, wer soll die? Hä, wohin, Alter? Okay, das Spiel, das fällt jetzt gut. Das wird ja rausgehauen, ne? Alter, der kann's noch weitermachen oder nicht? Uh-oh. 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 So, año car, da soll ich, das war's noch mal. mal fass ich meine herz ja schade täuchert alter richtig gut gespielt aber auf jeden fall sehr sehr geil richtig gut gespielt aber schade der torwart war doch zur stelle schade kontermöglichkeit für leipzig schickte den ball gut gedacht aber leider zu hoch gewesen zu steil oui aber wo war das jetzt alter hier oi 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 power play von leipzig jetzt steil pass macht er nicht sehr schön sehr schöner pass zu weit wieder alter zu weit hängen vorgedeckt schön gedacht aber dem geht ja ich verstehe gar nicht warum er nicht zu dem spielt oh ja oh nein ich habe schon mal aufsatz Vielen Dank. Vielen Dank. Also Christian, halt mal den Beiflag, Junge. Du spielst gerade gegen einen viertigsten. Also kannst du nicht rangehen. Ach du Scheiße. 1-0 für Leipzig. Nicht tatsächlich. 1-0 für Leipzig. Ja, guter Versuch. Oh, Digga, was ist das für ein Gerumpel, ne? Oh, was war das? Das war ein Spaß, Alter. Oh, damn. Junge, Junge, Junge. Immer noch mal den Ball zurückgeholt, ne? Ja, gut gesehen. Zieh durch, Junge. Schiri? Da war doch was. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja. Ja. Oh, Gott, Alter. Wer soll die, Junge? Nimm doch erst mal den Ball an. Was war das denn jetzt? Gelbe Karte für Neumann für was denn, Junge? Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. ер��rei. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Oh, spiel doch den Ball ab, einfach, Digga. Oh, mein Kauf, Alter. Was macht der denn jetzt da draußen, Junge? Oh, mein Kauf, Alter. Oh, was macht die Statistik? Weil der Teuchert ist ja richtig ne Pfeife, ne, also. Alter Schwede, der Junge Teuchert. Oh, Gott, ey. Wieder so ein grauenhafter Pass. Ich hab immer so ne Angst, ne, wenn Teuchert den Ball immer hat, ne? Oh, Mann, oh, Mann. Guck mal. ganz außen hier, links ist einer oh Gott man muss auch wirklich sagen, die Spieler spielen ja auch zum ersten Mal auch miteinander jetzt, ne, meine ganzen die halbe Mannschaft jetzt neu besetzt meine Stammkräfte habe ich jetzt rausgenommen, weil sie sich mal ein bisschen erholen sollen, ein bisschen Pause gönnen sollen mal die Spieler mal spielen jetzt, die keine Spielpraxis haben, weil die gar nicht zum Einsatz gekommen sind, von den ersten beiden spielen aber die fällt mir ganz und gar nicht, ne kürzen sie mir ja als zweitligistischer Favorit, ne aber ich spiele momentan gerade so, als ob wir der Underdog wären die stehen auch verdammt tief, alter, muss ich sagen, ne oh Gott, ey, nein wo ist die Lücke, wo ist die Lücke und dann Oh, das kriegt er doch nicht, oder? Nee. Oh, das kriegt er doch nicht, oder? Oh, das kriegt er doch nicht. Oh, wie geht der denn durch? Jetzt, guck mal, guck mal links außen, alter. Oh, man, wie kann man den Ball so verlieren, alter, von daher. Guck mal, da oben schaub. Nein, zu täuscht hat die beste Wahl natürlich, ne? Was macht der? Spielt wieder zurück. Oh, bro. Oh, man. Oh, man. schade den habe ich schon drinnen gesehen okay gut wieder auch starker kopfball von Lewis ein talent aus den eigenen reihen auf dem müssen wir auf jeden fall aufbauen ich habe noch mal gut mitgeholfen da hinten gut max steht doch frei was ist das für ein pass wieder alter ja jawohl endlich da ist es was aber kann es was abseits gibt es nicht also ist aber Ja, guter Zwischengang. Richtig. Guck mal, einfach steil rein. Macht er aber nicht. Ja, auch gut. Auch gut. Was macht er? Abseits natürlich. Abseits. Oh, man, 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 man. Abseits, war doch bestimmt wieder abseits hier. Was ist los? Verletzt du das? Zieh durch, nochmal, zieh durch. Oh, was macht er? Der Schieß. Was ist los? Aufseits, ne, oder was? Mal schluss. Also, Burner. Oh, was macht er? Okay. Oh, was macht er? Ja, Fabio. Mal schluss. ich werde ihn noch oh oh man oh oh also die kontern ist schwieriger bei der mannschaft hmm hmm oh meine Fresse jetzt mal alter guck mal alter mach was draus jetzt ach aber die beiden sechse werde ich jetzt gleich rausnehmen alle zentralen mittelfeldspieler und dann Oh, was war das denn, Alter? Oh mein Gott. 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 Wie ist er drauf, Junge? Er spielt voll richtig auf Crack, Alter. Vor allem, was macht er da hinten, ne? Wir müssen auf jeden Fall was machen, gleich, ne? Also gerne offensiv spielen auf jeden Fall bis jetzt. Das gefällt mir schon so, dass wir den Gegner erstmal gedrückt haben, in seiner eigenen Hälfte. Aber hier von den Spielern so aus, Alter, was hier so abgeht, hier, ne? Da müssen wir auf jeden Fall was tun. Alter, meine Zentral-Mittelfeld-Sperre ist in der richtige Katastrophe, Alter. Richtig Katastrophe, Schaub, Alter, ist auch richtig tot. Tja. 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 Wo es täuscht hat, ähm, der war ja richtig katastrophal, der hat mir gar nicht gefallen so, ne? Sam Royer. Robert Nielsen. Hm, Army. Ah, Burner ist auch der Katastrophe, warte mir, was ist bei ihm so? Ah, der ist richtig tot, Alter, Burner ist tot. Burner ist richtig tot, er hat die 40, ne? Raus. Du Maus. Fabian Kunst ist aggressiv, warum das denn? So, das machen wir auf jeden Fall, Umschaltspiel. Um ihn für die 50, ne? Um ihn für heute. Um ihn auf jeden Fall zu erzählen. Oh Gott. Um ihn für heute. So. Und er wird da, was wir sagen. So. Ein époz? So. gut so werden wir erstmal weiter spielen so werden wir erstmal weiter spielen so werden wir erstmal weiter spielen so werden wir erstmal hinunter oh man alter kön aber stark alter ganz ganz stark schiri Vielen Dank. Christian, Sie haben sich verletzt, oder was? Oh, Mann. Kunze kommt rein für ihn, ne? So, Anweisung, warte mal, nee, das ist das nicht. Ähm. Äh, wo ist Köhn? Alter, Köhn. Da. Hm. Ja, oder das ist... Und so gut haben wir. Äh, wo ist Köhn? Äh, wo ist Köhn? Äh, wo ist Köhn? Äh, wo ist Köhn? Ja, wo ist Köhn? Untertitelung des ZDF, 2020 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 oh man der torwart ist glaube ich der spieler des tages heute von denen dieser isa dorn schon wieder in ecke alter nichts draus gemacht hat dann nichts gar nichts alter also dem wir den ball sie abnehmen also geht da gar nicht das ist ja schon ein grund zum auswechseln ja was soll die haben ja 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 Was da Teuchert wieder anstellt da hinten, Alter. Meine Güte, Alter. Ich wechsle ihn gleich aus, ne? Der Typ ist tot, Alter. Der kann nicht mehr. Tresoldi ist genauso tot. Also, wechs... Auswechseln. Aber Nilsen da rein. Für Tresoldi. Der kann ja gar nicht mehr, Alter. Einen wunderschönen guten Vormittag allerseits. Hey Aussi, grüß dich mal lieber. Einen wunderschönen. Kurz eine Frage allerseits. Ja, gerne. Schieß los mal besser. Elsey. Neumann. 1, 2, 3, 4, 5. Spiel habe ich ja schon bereits ausgewechselt, ne? Ah ja, aber am 27.02. war das doch, ne? Ist das, äh, ist das, äh, gibt's da so einen Livestream, Digga? Ich erwarte mal Dings, ne? Ich erwarte auf jeden Fall, Dings. Schwarz-Weiß-Remake. Das Pokémon-Spiel, ne? Schwarz-Weiß-Remake erwarte ich da halt morgen, ne? Und wie lange soll das dann gehen, Digga? Weißt du, vielleicht irgendwie so eine Stunde, zwei Stunden, irgendwie gesagt? Dann kann man ja vielleicht mal so machen, dass wir irgendwie so reinschalten, ne? Zum Livestream, ne? Ich hoffe auf. Ja, ja, genau sowas. Ja, also Generation 2 Remake, das wäre natürlich mein, äh, Dings, ne? Also, das wäre ja auch genau mein Ding, ne? Also, entweder, Dings, äh, Generation 2 ist doch eh Dings, hier, goldene und, äh, Dings, silberne Edition gewesen, ne? Darf man den Remake, Digga? Oder, oder von den Schwarz-Weiß-Remake? Ja, okay, dann würde ich mal so sagen, äh, lass uns mal kurz mal reinschlüfen, auf jeden Fall, ne? Morgen. Bei Nintendo, ne? Auf der Seite, ne? Das ist es. Auf Twitch, ne? Wahrscheinlich, ne? Oder Twitch oder YouTube, Alter, muss ich mal gucken, Alter, wann das ist oder wo das ist. Dann können wir gleich mal so live schalten zusammen, so, ne? Wenn du Bock hast, kannst du gerne mal vorbeischauen, Digga, können wir uns zusammen angucken, die Kacke. YouTube. Sehr geil. Ja, jetzt! Jawoll, du, endlich! Da ist es! Ey, schon wieder Abseits, ich dreh ab, Alter. Schon wieder Abseits, das zweite Tor, Alter. Haben sie uns heute weggenommen, Digga. Das zweite Tor, Alter, Abseits-Tor. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ja, Teuchert, los. Ey, meine Fresse, Schiri. Gelbe Karte, oder was? Mann, 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 Mann. Ja, gut, hast du geschickt eben gerade, hab ich gesehen, ja. Ja, hab ich gesehen. Und das ist die Seite von denen, ne? Oh, Mann, Alter, die decken so gut, Alter. Die stehen mit alle elf Spielern, Digga, ganz hinten, ne? In dem 16er von denen. Ja, hab ich gesehen, danke dir, mein Messer. Können wir morgens gerne zusammen anschauen. Ab 15 Uhr. Das wird natürlich richtig geil. Oh, wie soll ich da da reinkommen jetzt? Okay, gut. Freistoß für Dings, Alter. Abseits. Ey, die haben auch so einen Dusel, ne, die Leipziger? Was den wieder da anstellt mit dem Ball, Alter, ist. Und was da Neumann vor allem macht, Alter. Neumann, du stehst 10 Meter, Alter, von deinem Gegenspieler entfernt, Alter. Und du hast den Ball, Alter. Du kannst alles machen mit dem Ball. Annehmen, was weiß ich, alles. Aber was macht der? Er köpft den Ball raus, Alter. Ja, genau, auf dem Kanal. Okay, gut. Also, wir müssen auf jeden Fall gleich alles reinhauen. Wenn wir das zweite bekommen, ist das Ding hier durch. Ja, ich auch. Ich auch. Ich hab's voll vergessen, Alter, am 27., ne? Was am 27., Alter, hab ich voll vergessen, ey. Gut, dass du mich erinnert hast. Sehr, sehr geil. Mann, spielt doch den Ball nicht raus. Immer, jedes Mal, Alter. Oh, das war's. Hey, Shiri! Ja, gibt's da schon Gerüchte eigentlich? Also bis auf Schwarz-Weiß-Remake, ne? Kenn ich kein anderes Gerüchte eigentlich so, ne? Warum haust du auf Generation 2 eigentlich? Hast du da irgendwas gehört in die Richtung? Warum spielt er nach hinten, Alter? Ich verstehe das nicht. Warum spielen die nach hinten, ey? Ah ja, perfekter Ball für den Torwart, Alter. Meine Fresse, Alter. Meine Fresse, ey. Also der Torwart von denen ist der Spieler des Spiels auf jeden Fall, ne? Nur 20 Minuten noch los? Ja! Das wird als dem, also mal ehrlich. Ja, Teuchert, immer wieder Teuchert, ne? Der fällt mir sowas von negativ auf, Alter. Ich lass ihm gegen Schalke auf der Bank, Alter. Ich beginne nachher, ey, 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 ey. Ich steige mit Rasseudi und, ey, ey, Nielsen. Teuchert gehört auf die Bank. Hm. Ja, es geht, ne? Es geht. Verstehen tue ich ja zwar so, aber, ding ist halt, ne? Wir, ding ist halt, ne? Sprechen ist so eine Sache. Ich mische meistens immer so mein Englisch, meine Kenntnisse und meine Türkische Kenntnisse zusammen. So weißt du, so mixte die halt, ne? Ja, warum Eckball? Wir haben doch eh gar keine Chance auf dem Eckball. Wir haben doch eh gar keine Chance da. Der landet doch wieder beim Torwart, Alter. Wie viele Eckbälle haben wir schon? 13, 20? Hier, schon wieder der Torwart, Alter. Ist das nicht wahr, Alter? 12 Eckbälle. 12 Mal auf den Torwart, Digga. Wir müssen auf jeden Fall Standardsituationen trainieren, ne? Katastrophe, Junge. Katastrophe, Alter. Wie ist dein Englisch so? Ey, was machst du denn da, Neumann? Was machst du, Junge? Ich erzähl mir noch hier keinen. Ich erzähl mir noch hier keinen. Ich erzähl mir noch hier keinen. so schon wieder auf korban 3 ich glaube es nicht ich glaube es einfach nicht also mehr offensiv geht das nicht mehr ja ich denke mal dings morgen wird auch mal und da dabei sein und sowas dann kannst du auf kannst du aufs zweite video reaction ja können wir gerne machen aber jetzt nicht also können wir gerne auch morgen machen vor dem livestream irgendwie sowas ja gut gut heute passt das ja nicht weißt du wenn wir heute was anderes zocken aber morgen auf jeden fall ja können wir gerne machen ja so erstmal schöne reaction geben und dann noch dann gucken wir uns links aulder die präsentation wird schon cool morgen weiter wie scheinen gleich aus alter also wir scheinen gleich komplett aus der erste runde gegen liegen gegen den vierten gestern oh gott teuchert alter du bist so eine schande digger so eine schande digger ähm so eine schande alter täuchert hat wollte die reaktion von ihr haben von der wegen der mischung von wenn wir alles gerne machen morgen hast du selber zeit morgen in 50 ja logisch zu not wird alles blau gemacht morgen ja gut aber wieder nichts die leipziger stehen einfach zu tief dahinten leider macht ja ja Bei dem Alter, oh Gott Das sind so Spieler, die halt gar nicht in die erste Mannschaft gehören In die Startelf Blamage, die gehören, das ist richtig Blamage Die Leute, die Leute ja oder so genau also nach der dings meint nach der nach der präsentation ja gut wir spielen gerade so ehrlich jetzt die spiel gerade so als ob jetzt 1 zu führen das finde ich richtig geil zwei spieler von uns nebeneinander so decken sich gegenseitig ab der torwart ist unnormal von denen der torwart ist einfach unnormal was für bälle er hält hier ohr mann alter einfach in die mitte rein jetzt oh gott alter ja sehen wir morgen weiter ja ist das so gewesen tatsächlich jetzt push zur verlängung du packst das hätte ich mal lieber meine dinge start elf angefangen also keine experimente jetzt irgendwie so gewagt na oh man guck das mal neumann alter ganz schlimm aber welcher spieler ist heute gut drauf ne mal ehrlich alle sind irgendwie unterirdisch ja das problem ist wir haben zwar hier 15 ecken mittlerweile ne wir machen nichts aber raus ja ja ich will ecken war das schon 15 16 15 oh gott alter ist es ja was war das denn eben gerade was war das denn eben gerade alter schwede wenn die zweikämpfe gehen mehr aufrücken die stehen ja auch volle allem extra von jahre die stehen ja auch volle allem extra von jahre also mit dieser formation werde ich nie wieder schön kann ich sagen unterirdisch jungen stehe auf noch fünf minuten zu spielen alles kostbare zeit hier keine zeit dafür ja das war ja auch wieder so ein grauenhafter gegen die dinge aus der brücke ne mein ganz großen respekt vor rostanbrück ne 7 0 schlägst du die zu hause ne haust du die weg ne pustest du aus dem stadion raus 7 0 ne und jetzt das rückspielen verlierst du ein 1 0 auch verdient ne auch verdient verloren da kam ja gar nichts von 96 kam ja gar nichts und das geile ist ja noch kiel hat ja noch gegen pauli verloren ne und wenn die jetzt gewonnen hätten jetzt gegen osnabrück hätten sie noch zwei punkte jetzt abstand auf kiel gehabt ne jetzt wieder fünf punkte also ich glaube auch nicht ich erwarte auch jetzt nicht von der mannschaft diese saison ne golferi war kurz da und aber nach diesem spiel dann die mannschaft ist einfach nicht zu konstant und so kannst du halt nicht oben mitspielen ne spiel doch mal einmal in die mitte junge noch fünf minuten oder so alter ja ja mal gucken jetzt was wir gegen disseloft zu hause machen werden ne disseloft hat uns glaube ich auch schon überholt glaube ich mit einem punkt oder sind ein punkt hinter uns irgendwie irgendwie sowas am samstag ne meine güte die stehen alle im weg digga alle im weg das kann doch nicht wahr sein ne was macht der jetzt du bolettenkönig du weinkauf ist auch vorne weinkauf sagt kieber ist vorne alter meine güte sehe ich gerade jetzt du musst dich scheiße jetzt mal reinhauen junge eckball alter ist es ist nicht es ist einfach nicht wahr ne fünf minuten nachspielzeit teuchert was macht der denn da da ich verstehe das gar nicht alter digga einfach mal reinschmeißen in die mitte irgendwie auf glück aber die spielen ja gerade so als ob wir 1 0 führen ne das ist ja das problem hier das guck das mal das bewegt sich natürlich im abseits bewegt natürlich klar abseits ja zwei tore von uns abgekannter zwei tore ich mache die zeitspielen natürlich so ne alter der schieter gar nicht mehr oh gott alter katastrophe 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 was dem da wieder an veranstalteten nicht normal also viel arbeit noch für uns viel arbeit jetzt natürlich konnte an die ne und das ist das geil sein bevor wir die abspielen da überlegen sie erstmal so zehn sekunden genug freie spieler da spiel doch einfach in die mitte mein besser einfach in die mitte scheiß drauf ja 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 da ist es in der nachspielzeit digga alter in der nachspielzeit verdammt nochmal okay puh meine fresse alter pass auf das tor wird da auch der absolute wahnsinn das tor wird da auch alter zurück pass auf abseits nein man puh geil einfach geil jawoll Jawoll! Jetzt können wir wieder normal spielen, kontrolliert. Bevor wir jetzt einen Konter wieder einfangen jetzt. Alter, Junge! So, kurz mal gucken jetzt wegen der Taktik hier. So. Ah, sieht auch ein bisschen komisch aus gerade hier. Kontrolliert. Ja, das ist gut, kontrolliert. Ballbesitz. Oh, Schatzspiel. So. Ganz, ganz, ganz stark, wie die zurück, wie sie sich zurück erkämpft haben, ne? Ganz stark. Alter, Digger. Also, wenn wir noch Pech haben, geht's noch nach links, Alter. Elfmeter schießen, ne? Aber gar keinen Bock auf sowas. So, jetzt ganz ruhig. Stark, Kön, stark. Schiri. Du bist gefragt. Boah, Kön, Alter, wie er läuft. Äh, letzter Angriff, ne? Tatsächlich. Aber was, was, ey? Kunst, Alter. Jetzt, letzter Angriff. Ah, ne, was, was war das denn gerade? Meine Fresse. Abseits, sehe ich doch schon, abseits. Ah. Verlängerung. Tja. Jetzt können wir, glaube ich, auch nochmal zweimal wechseln, glaube ich, in der Verlängerung, ne? Oder einmal noch, einmal oder zweimal, einmal, glaube ich, können wir tatsächlich nochmal wechseln. Jetzt nicht aus der Hand geleiten, wir waren in besseren Mannschaften, wir müssen auch in der Verlängerung zeigen. Gut. Mit der Verlängerung. Gut. Gut. Nochmal ein bisschen motiviert, die Jungs, ne? Pfff. Pfff. Die Jungs sind platt, ey. Kann nicht mehr. Pfff. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe gar keinen Bock jetzt auf den Elfmeter schießen. Ja, super. Super. Raoul, danke dir für dein Follower, mein Lieber. Herzlich willkommen bei uns in der Community hier. Sehr, sehr, sehr geil. Dankeschön. Guter Zwischengang dem. Obwohl er jetzt viel Kritik von mir abbekommen hat, ne? Hat er trotzdem ein gutes Spiel gemacht eigentlich, finde ich so, ne? Da er dem, eins der besten Spieler auf dem Feld. 7,6. Wer ist der schlechteste von denen hier? Oh, bloß raus hier, ey. Bloß raus jetzt hier. Löß. Schaub ist tatsächlich der schlechteste Spieler auf dem Platz momentan. Schaub ist tatsächlich der schlechteste Spieler auf dem Platz momentan. Oh, ja. Pff. 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 Zählt, oder? Ja, zählt, zählt. Gut, sehr schön, gut. Jawohl, endlich, gut. Kunze zu Teuchert. Teuchert legt pervers ab. War das aber nicht abseits? Ne, ne? Weil der untere Spieler, glaube ich, ne? Hebt das auf. Na gut, sehr schön. Richtig gut. Sehr, sehr geil. Ja, dachte ich auch, tatsächlich, ne? Das war ja bitter, ne? Dann hätten sie ja drei Abseits-Tore von uns aberkannt, ne? Drei Tore, also. Das war ja bitter. Richtig bitter. Alter, mein, mein, mein. Was für ein Spiel, ne? Also die Formation, ne? Werde ich nie wieder spielen, auf jeden Fall, ne? Also. Was ich zu Beginn hatte, ne? Mit einer Dreierkette, das geht gar nicht bei uns. Und vor allem, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ne? Ja, mindestens acht Spieler, ne? Haben zum ersten Mal mit einer da gespielt, so, ne? Zusammengespielt, so, ne? Tödlich. Äh. Ja, ne, ne, Angela hat gar kein Mitleid, ne? Ne, ne. Würde auch passen. Äh, Viertel vor sind wir durch ungefähr, glaube ich, ne? Viertel vor eins. Da muss ich auch noch mal eine Tochter abholen von der Krippe. Aber jetzt aber nicht kassieren, irgendwie sowas, ne? Also das wäre ja schon ein bisschen bitter jetzt, ne? Also. Noch ist ja das Ding nicht durch, ne? Sollen wir mal auf Zeitspiel machen, ey? Ja, der Torwart von denen ist so gut, Alter. Wer ist denn das, Mann? Dieser Dorn. Ich muss mir das mal gleich mal angucken. Ja, ist so, ne? Im Fußball kann ja alles passieren, so, ne? Aber leider Gottes auch in den ersten beiden Ligaspielen, so, ne? Gegen, äh, Kaiserslautern auswärts und zu Hause gegen Osnabrück, ne? Da haben wir auch 2-1 gewonnen, jemals. Beide Partien. Aber auch mit späten Toren, so, ne? Ab der 80. habe ich mal die Tore geschossen, so, ne? Muss man überlegen. Immer kassiert erstmal, so, ne? Immer kassiert. Danach aufgedreht. Das war ja, was macht denn auch Köhn da auf der rechten Seite, verstehe ich? Normalerweise spielt er ja links. Ja, das Ding ist noch 2-1, 2-1, 2-1, äh, 4 Spieler kommen ja noch bei uns, ne? Das Transferfenster ist ja noch offen, ne? Wir bekommen ja noch 4 Spieler, ne? Halzenberg, äh, Vogelsommer, Scotty und, äh, Damar, ne? In 2-2 oder 3 Wochen kommen wir auch noch hier zu uns, in die Mannschaft. Äh, 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 was, was, was denn? Oh, Freistoß? Alter, gelbe Karte. Ja, bitte nicht, ne? Ja, ich kann. Ich hoffe nicht. Ey, ey, das, äh, tut meinem Herz nicht gut, ne? Ich bin ja so richtig emotional dabei, bei der ganzen Geschichte, so, ne? Wenn wir jedes Mal so gewinnen, äh, nicht, dass ich irgendwann so vor Herzstuhlstand irgendwie so abkratze, so, ne? Gar keinen Bock. Nicht mit 37. So, äh. Also, ich behalte trotzdem noch meine Grundausrichtung, ne? Äh, offensiv. Hm. Weil irgendwann mu- Ey, was ist das? Nee, gar nichts. Weil irgendwann müssen die auch mal hinten aufmachen, ne? Und alles geben jetzt, ne? Die Leipziger, ne? Selbst gegen unsere U19, ne? Also, obwohl wir eins so geführt haben, haben sie 1-1 gemacht und ganz spät haben wir die zwei, also 3-1 nochmal gewonnen, ne? Zwei Tore schossen ab der 80. glaube ich. Selbst gegen unsere U19. Ja, hier dem. Das ist auch kacke gewesen jetzt, was er gemacht hat. Okay, zum Glück Freistoß. Raul. Ich würde ein bisschen das Tempo rausnehmen. Ja, gleich zur Heizzeit, ne? Zur Heizzeit machen wir das. Boah, Digga, mach das nicht. Mach das nicht von da. Ist nochmal gut gegangen hier. Ja, jetzt? Oh, schau auf, Alter. Ecke oder was? Wieder Ecke? Ja. 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 Weil die Jungs schon sehr direkt spielen und relativ oft den Ball verlieren. Ja, ja. Das Problem ist, bei mir ist beim Besser... Ja, guck mal, wir haben hier gerade mal 18 Ecken, ne? 18 Ecken hatten wir da. Alle Bälle sind beim Torwart gelandet, ja? Alle. Unsere Standardsituation, unsere Eckbälle sind Katastroph, Alter. Wir müssen die mal trainieren, im Training, ne? Das Problem ist, ich habe ja auch keinen langen Spieler da vorne. Außer Harvard Nielsen. Vielleicht die Eckbälle werden sowas kürzer einschlagen, irgendwie sowas. Oh, das wird nichts. Gut. Keeper ist zur Stelle. Ja, ich verstehe das auch nicht. Unsere Stürmer sind nicht so groß, ne? Also, die sind ziemlich klein, eigentlich, so, ne? Teuch hat, was soll die? Unsere Abwehrleute sind, ja, groß. Neumann und so, ne? Halstenberg. Wir müssen die mal trainieren, glaube ich, ne? Die Standardsituation, ne? Gerade Eckbälle, sowas. Der Teuch hat es ja richtig hereinfallen, ne? Heute ganz unterirdisch. Er ist auch schon tot, ey. Schaub, genauso. Boah, Lö ist auch so ne... Boah, Neumann, Katastrophe, Alter. Der kriegt gleich ein Dings hier. Herzinfarkt. Im Spiel. Er ist schon an der roten Grenze hier. Äh, wie viele Spieler kann man jetzt in der Verlängerung einwetzen? Nur einen, glaube ich, ne? Gut. Warten auf Highlights. Hm. Hm. Also, wie kann ich jetzt hier... Alles bisschen kompliziert gerade hier. Warte, mach mal jetzt. Puh. Gibt keinen Team-Talk. Achso. Ja, ich nehme mal das Tempo mal ein bisschen raus, ne? Tatsächlich, ne? Mal Konterspielen, ne? Spiel schnell fortsetzen, wollen wir auch nicht. Wenn der Gegner den Ball hat. So, ähm... Wurde mal gucken, ihr seht, der kann auch in links spielen, ne? Verteidigung, ne? Da würde ich lieber einen Verteidiger rausnehmen, ja? Die sind beide tot hier, Alter, im Zentrum. Tatsächlich nicht. Voll an der Grenze, Alter. Neumann. Okay, Burner ist eh schon draußen. Neumann, äh, gelb verwandt, ne? Okay, Neumann, äh, sollten wir, glaub ich, drinnen behalten, oder? Löse. Wie ihr seht, obwohl, warte mal, Moroya mal gucken. Okay. Ah, ne, geht nicht, oder was? Also, ich kann keine Spieler wechseln. Ah, Wechselphasen, 1 von 3, was ist das denn? Von bis zu 9 Spielen auf der Bank, können 3... Alkön, so stark, Alter, ne? So, so, so stark, ey. Achso. Ja, kön, geil. Richtig gut. Ja, gut, ja. Freistoß für Leipzig. Schade. Alter, sein Antritte von Köhn, alter unnormal. Ist ja auch eins der beste Spieler gewesen in der 2. Liga, ne? Er war, war es. Jetzt ist er weg. Ja, sehr schön, gut. Mach ihn rein, Junge. Ach, du Scheiße. Wie kann man den nicht reinmachen, Junge? Ach, du Scheiße. Ja, gut. Ja, gut. Kriegt er nicht. Oh, sehr, sehr gut, Alter, von Kunze, ja. Der gibt auch alles, Alter. Löse. Innenverteidiger, Junge. Was machst du da vorne? Geh nach hinten wieder. Schaub. Guck mal, Köhn ist ganz vorne. Ja, auch gut. Abseits aber, oder? Nee. Alter, sehr, sehr, sehr gut gesehen von diesen Siakam, wie er heißt. Hm, hm. Ah, schon wieder so. Ah, warte, ne? Nielsen. Hm. 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 Aber die sind aber auch tot, Alter, die Leipziger. Keinen einzigen Torschuss, Alter. Weder noch in der zweiten, doch in der zweiten Abfall, glaube ich, haben sie schon gehabt. Aber jetzt in der Verlängerung allgemein gar nicht so, ne? Alle Chaos. Bin mal kurz da. Bin noch nicht daheim. Alles klar, mein Lieber. Richtig gut. Richtig cool, dass du vorbeischauen. Morgen, Digga, morgen. Pokémon. 27. Morgen. Gibt's ein Livestream. Ah, 15 Uhr, Digga, bei mir. Ich hoffe, ich hoffe, Dings, Alter. Morgen. Werden die Remakes. Bekanntgegeben, Alter. Für schwarz und weiß. Ich muss morgen lernen. Schule oder wegen Klavier-Mail? Schule, ne? Schule, bisschen. Achso. Also, okay. Klausur. Ja. Viel Spaß. Auf jeden Fall, Digga. Wer war das? Köhn? Ich weiß gar nicht, was wir eigentlich morgen vorhatten, Digga. Ich glaube, morgen wollten wir wieder Jujo spielen eigentlich, glaube ich. Und am Mittwoch wieder Manager, Fußballmanager. Oh, ich dachte schon, Alter, nicht, dass wir noch ein Tor kriegen hier. Tatsächlich, morgen, äh, Yu-Gi-Oh. Erstmal Pal-Vault, ne? Und danach Yu-Gi-Oh. Und danach geht's im Livestream rein. Pokémon. Ja, wir spielen ja noch allerdings, ne? So, Games wie Yu-Gi-Oh noch, hier, Master-Duell, ne? Oder Pokémon zum Beispiel auch hier. Pal-Vault haben wir auch extrem gesuchtet, die Wochen, die letzten Wochen. Jetzt weniger halt, ne? Weil jetzt, äh, Fußball, wenn ich dann mehr so im Fokus ist. Macht echt Bock, Alter, muss ich sagen, ne? Richtig geil. Richtig, richtig geil. Toll, ne, ne? Doch. Hm. T-T-T-T-T-T-T. Vielen Dank. So. Absatz. So, noch sechs. Nee, vier Minuten noch. Boah, Leopold, lass dich nicht vorbei, Junge. Oh, Kühn sehr, sehr stark, Digga. Sehr, sehr, sehr stark, Kühn. Oh, sehr schön. Alter, Nilsen auch ganz, ganz stark gespielt, ne? In der Mitte, leider. Das Zeug hat nicht reingekommen mehr an den Ball. Das Zeug hat nicht reingekommen mehr an den Ball. Das Zeug hat einen Ball. Die Bilder ist tatsächlich an diegue in der scholarshipsen Kil comparieren. auch viel pech gehabt heute im spiel so viel pech gehabt meine flesse sehr schön die gefahr dir nicht den ball von da man auch mal glück dort angeht nach vorne keeper jetzt zu meiner leidenschaft an ja der trainer aber selber eine eigenverschuldung glaube ich immer noch ein bisschen zeit weg jetzt noch vorne nach vorne schlagen kunze gut ja gut wie kann man den ich rein mal junge was leopolds arm vorbei gut ja